Hallöchen du kleiner Schlingel! Willkommen zu diesem Video und danke fürs Einschalten, denn du bist einer der 3000 Leute, die diesen Kanal abonniert haben. Dazu beglückwünsche ich dich ganz herzlich und möchte dir Danke sagen, denn ohne dich und dein Support wäre das Ganze nie möglich gewesen. So, ein paar kleine Infos zur nächsten Zeit. Was habe ich denn so geplant? Was habe ich denn vor auf diesem Kanal mit all diesen wunderschönen neuen Schlingels, die dazugekommen sind? Ja, jetzt werdet ihr es herausfinden. Pokémon wird auch in Zukunft der Kern dieses Kanals bleiben. Wir werden auf jeden Fall ein neues Format begrüßen dürfen. Ab dem 21. März wird ein ganz besonderes Projekt starten, wo ich euch noch ein bisschen zappeln lassen möchte. Ich kann euch aber versprechen, das Projekt ist super emotional. Ziemliche gut produziert, wenn ich das mal so von mir selbst behaupten darf. Und es wird auf jeden Fall mächtig Spaß machen. Es hat auf jeden Fall wieder mit Pokémon Oras zu tun. Ihr dürft euch da also sehr, sehr freuen. 21. März, tragt euch das in den Terminkalender ein und seid gespannt. Die WiFi-Battles werden auf jeden Fall so weiterlaufen. Ich habe jetzt einfach irgendwelche Random-Battles, Mono-Teams, Fan-Battles oder Zuschauer-Battles, Vierfach-Zuschauer-Battles. Das bedeutet, ich mit drei Zuschauern gegeneinander. Wir haben Free-For-Alls, wir haben Bro-Battles, wir haben alles hier am Start. Ich werde in Zukunft auch bei einigen kleinen Arenen und Turnierchen mitmachen, die hier so stattfinden werden. Da werdet ihr mich bestimmt auch antreffen. Aber hier auf dem Kanal findet ihr quasi alles, was ihr benötigt. Jetzt noch ein kleines Update. Morgen ist ja Samstag. Heute ist Freitag. Friday, Friday. Auf jeden Fall ist morgen Samstag und morgen werde ich wieder einmal streamen. Ja! Ich werde streamen endlich nach keine Ahnung wie vielen Wochen, Monaten. Ja. Auf jeden Fall werde ich wieder einmal streamen und dabei werden wir ein bisschen Pokémon zocken. Ganz chillig, millig, entweder auf dem Poképlaza und wenn genügend Leute von euch da sind, werden wir irgendwelche Zuschauer-Battles machen oder vielleicht sogar Free-For-Alls oder Reihumkämpfe. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Das werden wir dann alles sehen. Wir werden ziemlich freaky abgehen und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr dem Video hier einen Daumen hoch gebt und es vielleicht verbreitet oder rumerzählt, dass morgen ein Stream auf dem Twitch-Kanal von mir laufen wird. Der Link ist selbstverständlich in der Videobeschreibung und ja, lasst uns hoffen, dass da einiges zusammenkommt, Freunde und dann werden wir auf jeden Fall ziemlich viel Spaß haben. So zum, zur Feier der 3000 Abonnenten habe ich mir gedacht, mache ich wieder mal einen Stream für alle die, die neu dazukamen und für alle die, die mich schon Jahre unterstützen und ich glaube, das wird eine ganz coole Sache. So, so viel dazu. Ich danke euch nochmal für all euren Support, all eure Daumen. Ich bin einfach so überwältigt. Momentan ist der Kanal am Brennen und ich bin mir sicher, dass wir da noch einiges mehr raushauen können. Leute, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Euer Sefiron.